Okay, dann braucht man den hier eigentlich gar nicht. Fürs Design dann vielleicht später trotzdem, aber jetzt gucken wir erstmal. So. Jetzt ist die heiße Quelle soweit schon mal eingezäunt. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass man hier tatsächlich dann reinkommt, über Glasplatten oder ähnliches läuft und das in der Mitte dann ein Wasserbecken ist, was auch in der Lava ist gleichzeitig. Wird sehr klein, also vielleicht 3x3 oder so, aber dass man hier diesen heißen Quelleneffekt hat, dass einem hier aber auch nichts passieren kann. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Auf jeden Fall wäre hier ein passender Eingang dafür. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal das Ganze hier zu begradigen. Wenn es jetzt wirklich schwierig wird, gehen wir in den Kreativmodus und versuchen es von da, weil dann müssten wir nicht ständig Eimer holen. Wäre, glaube ich, echt schlauer, oder? Ich glaube nicht, dass ihr Bock habt, jetzt da hin und her zu switchen. Ich gucke mal, kann man da... Können wir hier nicht irgendwie... Was für eine Option? Irgendjemand hat mal geschrieben, man kann das jetzt auch im Spiel ändern. Aber ich glaube, das war eine Fehlinformation. Wir könnten aber auch erstmal das Wasserbecken einsetzen, was sowieso schon schwierig genug wird. Ähm, und dann weiterschauen. Ich versuche jetzt mal, das Becken insgesamt ein bisschen tiefer zu kriegen. So, pass auf. Wir schauen jetzt mal kurz zu den Üfchen und holen uns mal ganzes Glas. Weil leider kann man die Glasscheiben nicht wie Slaps legen, die stehen nur. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit gesamten Glasscheiben arbeiten. Haben wir hier noch Kohle? Oh, da ist sogar noch Mampferier drin. Äh, sechs Kohle, das ist schon mal gut. Und, wann haben wir hier den Sand rein? Dann nehme ich mir jetzt hier die zwei Glasböcke schnell mit, während der brutzelt. Ähm, ja, die brauche ich nicht. So. Und dann gucken wir mal, ob sich das umsetzen lässt. Weil ich möchte gerne das Lagerbecken ein bisschen tiefer haben, damit wir da mit dem Glas drüber laufen können. Wenn das jetzt so nicht funktioniert, würde ich das Glas eins höher setzen. Das muss ich jetzt aber erst mal probieren. Okay, also das mit dem Tiefergehen funktioniert, aber es fließt halt hier unten drunter leider dann ab. Und das ist nicht der Effekt, den ich mir gewünscht habe eigentlich. Okay, dann werde ich das Ganze eins höher setzen. Ähm, da ich das jetzt hier nochmal verengt habe, können wir hier auch nochmal die Reihe wegziehen. So. Ähm, und zwar würde ich dann hier tatsächlich eine Glaspalette drüber ziehen. Dass hier dann eine Stufe hochgeht und man geht dann über so eine Glasbrücke da rein. Es wird jetzt nicht symmetrisch, ist aber auch bei der Form des Lavabäckens schwer, schwer möglich. Ähm, es muss natürlich eine Steintreppe sein. Und die müssten wir uns erst kraften. Die Steintreppen sind ja grundsätzlich aus Kobbels, ne? Glaub ich. Ja. So, eigentlich viel zu viel. Ähm, ja. Das Glas, ne? Das dauert schon noch eine ganze Weile. Ich muss mir noch überlegen, wie ich die Begrenzungen mache. Wenn man da nicht runterfällt. Das soll ja auch nicht zu viel Platz wegnehmen. Vielleicht könnte man das tatsächlich mit Glasscheiben machen. Mal gucken. So. So, und dann würde ich dann vielleicht hier das Becken ansetzen. Wobei das dann fast ein bisschen weit drin ist, ne? Dann müsste man das vielleicht auch eins früher machen. Also die Begrenzungen vom Becken sollten auch aus Glas sein. Natürlich. Das dann in die Tiefe zu bauen wird schwierig. Fällt mir gerade auf. Na. So, das Innere von dem Becken ist natürlich dann keine Lava mehr. Es wäre cool gewesen, wenn wir unten drunter auch noch Lava gehabt hätten. Aber leider ist dieses Becken dafür nicht tief genug. Und jetzt geht uns hier die Glaserei aus. Aber wir können hier schon mal das 3x3 Becken hier so ein bisschen abstecken. Das funktioniert übrigens gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist ein Denkfehler jetzt meinerseits. 3x3 würde ja bedeuten, dass das hier nochmal außenrum geht. Und dann ist es hier natürlich nicht mehr symmetrisch, weil dann bräuchte man einen Zweierweg. Aber den könnten wir ja trotzdem machen. Den können wir ja trotzdem machen. Das wäre jetzt nicht das Thema. Okay. Dann hole ich jetzt mal noch ein bisschen mehr Glas. Das sind jetzt schon weite Strecken, die wir hier mal gehen müssen. Pferde haben auch noch keinen richtigen Stall bekommen. Das ist natürlich auch noch eine offene Rechnung eigentlich. So. 15 Glas. Ja. Wir nehmen noch das 16. mit, wenn das jetzt gerade eh brennt. Hier noch die 2 Kohle rein. So. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. An der Ecke könnte man es ja nochmal breiter machen. Dann haben wir hier trotzdem kontinuierlich Lava außenrum. Das wäre ja nicht das Problem. So. Jetzt wird die Aufgabe sein, das Ganze tiefer zu setzen. Ach nee, da braucht man ja trotzdem nur einen Einerweg. Aber der muss halt eins nach da. Na okay. So. Das Ganze soll jetzt tiefer werden auch. Also zumindest um eins nochmal. Also man sollte hier drin dann tatsächlich schon stehen können. Das heißt hier unten kommen dann vielleicht Slabs rein oder so. Man soll hier ja nicht schwimmen. Und jetzt müsste ich hier gucken, ob ich das so hinbekomme. Ja eben. Die Lava ist ja nicht da. Genau. Das hat jetzt böse enden können. So. Also das muss ich jetzt tatsächlich so schnell machen dann, dass ich ganz schnell den Glasblock dann hinsetze. So. Die Ecken werden jetzt schwierig. Na gut, da fließt es aber nicht rein, ne? Dafür muss ich erst sorgen. So. So. Hoppla. So. Ups. Das war jetzt nicht der Plan. I need more glass. Ich gehe mal pennen zur Sicherheit. Ich gehe mal pennen. So. Ja, natürlich stehen hier jetzt lautes... Oh Gott. Das ist vielleicht herum. Aua. Lass mich in mein Haus. Die bekämpfen sich gegenseitig. Das ist ja geil. Aha. Das ist ja geil. 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 Bis zum nächsten Mal.